Weißt du, wer das ist? Ja, ich weiß, wer das ist. Olaf Scholz. Nein, nein. Das ist Van der Bellen. Nein. Eine Ansage an Olaf Scholz. Wie ist das? Von der ÖVP? Alexander! Nein. Van der Behn hast du schon gehabt. War richtig? Nein. Wer ist das? Ich kenne ihn irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Willst du das auflösen? Oder wie ist das hier? Ich weiß es nicht. Klingt dir was, wenn ich das richtig sage? Ein Taxi-Gutschein, ja. Wer ist das? Ich kenne ihn. Warte. Ich kenne ihn. Von der ÖVP. 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 Kopf nicht, bitte. Nein, das ist er nicht. Der Bundeskanzler. Bundeskanzler. Du weißt es. Er heißt er wieder. Warte, warte. Er weiß das. Warte, sehr leise. Können wir den zweiten Bildchen und dann kommen wir wieder zu dem. Ihr? Basta, machen wir ihn weiter. Basta. Ab. Okay, einen noch. Der kommt mir bekannt vor. Ich kenne ihn noch nicht. Nein. Ich kenne ihn noch nicht. Er sieht das immer für sehr gut. Ich kenne ihn auch nicht. Baba. Passt? Andere. Den noch? Serbische Sänger. Nein. Ich kenne alle, aber ich weiß den Namen nicht. Ähm. Keine Ahnung. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn nicht. Woher soll ich das wissen? In der Politik steht es eher positiv oder ist es euch eher so? Es ist mir egal. Es ist mir egal. Ich denke mal darüber nach. Es ist mir einfach egal. Okay. Wisst ihr, wann Wahlen sind in nächster Zeit? Heute? Bald, bald. Bald? Morgen. Nein, nein, nein. In Oktober. Fast, ja. Ende September. Ja, ja. Wisst ihr, wie viele Einwohner Österreich hat? Einwohner? Ja, ich weiß. 9,1 Millionen. Nein, nein, nein. 9,1 Millionen. 9,1. Ja, genau. Wie viele Bundesländer hat Österreich? Ich weiß das. 9. Richtig. Nennst mir zwei Länder, die mit A beginnen. Algerien, Armenien. Passt. Und wisst ihr, wie viele Knochen der menschliche Körper hat? 206. Ja, aber auch nicht so schlauer. Was ist das größte Organ im menschlichen Körper? Organ? Ähm, Haupt. Richtig, ja? Was ist der beliebteste Sport der Welt? Fußball. Richtig. Habt ihr ein Taxi gut schon verdient? Wie viel Geld? Wie viele Euro? Ich geb euch sogar zwei. Da gibt's auch eine Taxi-App, mit der könnt ihr dann in Wien fahren. Fangen wir mal da an. Das ist der Nehammer. Babler. Der Herr. Kickl. Ja. Das ist der Werner Kogler. Perfekt. Wie seht ihr die Politik aktuell und wo seht ihr die Probleme? Ja, jeder hat da seine eigene Meinung, aber ich finde einfach, viele Sachen können schon angeschaut, beziehungsweise Schulsystem ein bisschen, aber sonst. Was wird dich so am Schulsystem oder was stört dich da? Äh, ja, ein bisschen der Aufbau. Es gibt viele Sachen, die braucht man eigentlich nicht im späteren Leben. Es sollte eher schon am Anfang ins Berufsleben, wenn man es machen will, ein bisschen spezifisch gehen. Wie seht ihr so die Zukunft? Habt ihr da Zukunftsängste oder seht ihr die positiv? Nein, ich hab keine Ängste eigentlich. Was, Burschen? Vielen Dank, dann gibt's mich. Das ist gut schon, dann gibt's auch eine Taxi-App. Ja, ja, ja. Dann gibt's auch eine Taxi-App. Ja, ja. Dann gibt's auch eine Taxi-App. Danke schön. Danke. 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 Danke.